Familie Höring wagt sich zum ersten Mal auf einen Klettersteig, wie zurzeit so viele andere Bergbegeisterte. Es ist kein Sonntagsspaziergang, sondern schweißtreibender Nervenkitzel. Werden sie die Herausforderung heil überstehen? Ach so Scheiße, ich komme da nicht weiter. Scheiße, ich kann nicht. Nicht loslassen, lass ja nicht los. Wohin? Ich kann nicht mehr. Wohin? 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 Das hier ist ein kategorisches Lachst. Ja!